Lothar Kellermann, 49, Lymphdrüsenkrebs mit Hautmanifestationen im Endstadium und Liebhaber marokkanischer Fliesen. Es geht hier nicht um mich. Na das wäre immer was ganz Neues. Ich halte doch jetzt nicht deine Trauerrede. Du willst dir nur einen Lacher abholen. Auf meine Kosten. Auf meiner Beerdigung. War ja auch nicht geplant, dass du zuhörst. Heißt das, ich sterbe nicht? Was soll ich denn jetzt machen? Mein Haus ist weg, meine Sachen, mein Geschäft, mein Geld. Du beschwerst dich jetzt nicht im Ernst darüber, dass du nicht stirbst. Wie soll ich mein Kleid erleben? Du hast es ja mit allen abgefunden. Aber ich, ich habe hier ein Riesenproblem. Du blödes Arschler. Ich habe gedacht, es gibt keinen Grund am Leben zu bleiben. Aber das stimmt nicht. Du bist ein Grund am Leben zu bleiben. Aberes ist gewährdvertretend. Du bist ein Grund am Leben zu bleiben.